Von die Roten hat es ja in letzter Zeit ein paar erwischt, von die Roten, aber einer hat es ja besonders erwischt, im Bladen, Fredi, mein Gott. Fredi, wo bist denn du 3D-Gummi-Pärli? Du warst ja sogar ein Stepper zum Fladern herst, wirklich. Jetzt kannst du doch einmal zum Volk rausgehen und kannst denen erklären, was los ist mit dir. Geh schon, Masch, du Glanz-Eier-Pärli, geh schon. 360.000, aber der Scheiß kusset. Wenn er die Mate sagt, dann mach ich ihn zuzuflieg, ehrlich. Der Blech hat schon leid einmal geholfen und der Grazbund ist haften, weil er ein Tranker ist. Weiß man, weiß man, mit dem Geschissen heute ist damals auch schon freikaufen gehen, nicht wahr? Ja, was brauche ich an den Froschi da? Ja, da wird man drüber reden müssen. Ja, da wird man sich an den Titzel zusammenzutzen müssen. Ja, das ist alles sehr kompliziert. Liebe Genossinnen und Genossen, was ich für die Partei tun kann, es lechter geht. Niemand macht's wieder gut. and Page 4 und werde ich dich prec vehementen. Damit ich die Viggenheit upsideahre. Vielen Dank.